So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Tja, die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan herum. Einige verlassene Außenposten, ein paar Wachtürme. Wachtürme? Avery war der meistgesuchte Mann der Welt. Wenn er hier also etwas versteckt hat, dann brauchte er Aussichtsposten. Und einer dieser Türme ist direkt auf dem Vulkan. Mit Averys Schatz. Hoffentlich. So, jetzt kann ich. Willkommen zurück, meine Lieben, bei Uncharted 4. Der Kalle wieder für euch am Mikrofon. Und hier waren wir stehen geblieben. Wir sind in Madagascar und ich will mir jetzt hier gerade mal so... Oh, ist das geil. Guckt es euch mal an. Wie geil das aussieht. Oder? Das sieht mal richtig stark aus. Braucht man natürlich einen Screenshot. Was denn sonst? Und jetzt müssen wir mal schauen, wo wir hin müssen. Ich würde sagen, wir folgen mal hier dem... der Straße, wenn man es denn so nennen kann. Schön mit dem Cheep durch die Gegend geheizt. Ui. Dann gehen wir mal schauen, oder? Wartet hier, ich seh mich mal um. Und, Victor? Kommst du immer noch so viel herum? Ich versuch's. Ich nehm gerne Aufträge an, die mich vom Computer losreißen. Hab ich gerade erst zu Nathan gesagt? Geschrecken, die viel jetzt über das Internet läuft. Kannst doch heiße Barriens bestimmt auf verschiedene Weise loswerden. Na schon. Okay, was haben wir denn hier? Da wollte ich eigentlich nicht hin. Bin ich denn jetzt auch hier? Da wollte ich hoch. Wahnsinn, guckt's euch mal an. Ah, ich glaub, da drüben kriegen wir mehr, ne? Müssen wir vielleicht die Kiste hier mal... Guck mal, die Schie... Nö, schade. Wie kommen wir hier hoch? Hier kommen wir hoch. Genau. Ah. Sie haben einen Schatz gefunden. Genau, was ist das denn? Irgendein Döschen. Sehr schön. Okay. Mehr gibt's hier anscheinend nicht zu sehen. Viel zu sehen hier. Dann zurück zum Auto, würde ich sagen. Und? Ah, hat sich nicht gelohnt. Kommt, fahren wir weiter. Wie? Oh, Wasser. Yeah! Mal durchs Wasser geheizt, geil. Hey, bei unserem Glück, wie stehen die Chancen, dass der Vulkan genau jetzt ausbricht? Bei null. Er ist erloschen. Glaub mir, das habe ich als erstes nachgesehen, als es hieß, wir fahren zu einem Vulkan. Das sind so siebenigsten Geländewagen. Warte, Sadio. Weißt das, du hast tatsächlich eine Forschung angestellt? Du kannst ja nicht immer der Klug schalten, tollen Junge. Oh, können wir da drüber springen? Wir probieren's. Wee! Der Rallyboot! Das war Absicht! Handbremse, okay. Geil. Ein bisschen im Schlamm rumheizen, wie geil das ist. Boah, guckt's euch an, wie die Reifen aussehen. Das ist echt geil, ey. Oh, nee, da können wir drüber springen. Der kann nicht, der kleine Spieler. Ich will ja drüber springen. Ein bisschen Anlauf nehmen, Moment. Wee. Oh, jetzt Vollgas. Geil. So, und jetzt? Kann man da drüben weiter? Nee, auch nicht. Wie cool er auch lenkt, ne? Oh, ups. Wir müssen zu dieser Brücke hoch. Ah ja, sehr gut. Sieht vielversprechend aus. Komm schon, komm schon, Baby. Los, 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 los. Ja, da kommen wir wohl nicht weiter. Doch. Boah. Was ein Prappel. Schafft. Okay, Junge, lass uns nicht abstürzen. Es gibt mir Mühe. Helfer, ganz langsam und schön in der Mitte. Ja, Beifahrer wissen es ja immer. Wow. Alles gut. Alles gut. Ja, aber eben. Alter. Auf nach oben. Alter, was eine Strecke, ey. Da kommen wir nicht hoch. Ach so, kommen wir nicht vorwärts. Guck mal, jo. Nein, gegen den. Die Leder finden keinen Halt. Alter, kurven wir hier in der Gegend. Alter, was ein Prappel, ey. Wie sie sich beschweren, die Jungs. Wie sie sich beschweren, die Jungs. So, und jetzt? Hier ist jetzt doch krass. Wow. Was sind das für Viecher? Krass. Affen. Da müssen wir hoch, oder was? Zu dem Ding, ne? Scheint wohl so. Hey, Victor. Worüber hast du mit den Verleihtypen gestritten? Ach, dein Bruder wollte einen Geländewagen mit Seilwinde. Für eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federung. Verstehe. Hey, das ist wichtig. Gerade Offroad. Und wenn es mal ekel ist oder matschig ist, dann wird das Verleihtypen, wenn wir kein einziges Mal benutzen müssen. Okay, haltet euch fest. Wo kommen wir denn hier hoch? Okay, haltet euch fest. Ja, und wo lang? Ach, darüber vielleicht. Ah, ja, hier geht es hoch. Wow, wow, wow. Boah. Alter. Das wird die Karre nie überleben, ne? Nie. Alter, wo wir hier rumfahren, ne? Hey, mach langsam, Junge. Ja. Ah, die Spuren sind auch sehr geil gemacht, ne? Also, Nathan, du glaubst Avery, Chu und ein paar andere Pilaten haben... ...beschätzt zusammengetan und hierhergekommen, weil... ...warum genau? Wer weiß, wie wir zum Schiff. Die britischen Behörden saßen ihn im Nacken. Ja, vielleicht hat er ihnen geholfen, zu verschwinden. Der Kerl hatte echt Talent, Dinge zu verstecken. Ja. Boah. Alter. Aber ich glaube, hier kommen wir runter, oder? Ja. Da wären wir doch. Oder fahren wir bis ganz hoch? Und los. Das war ein Versuch wert. Komm, komm, komm mal. Ne, da kommen wir nicht hoch. Sehen wir uns mal den Turm an. Ich komme mit. Okay, dann mal den Turm anschehen. Dafür, dass er ein paar hundert Jahre alt ist, ist er gut in Schuss. Ja. Das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. Okay, dann mal hoch. Ah, da ist was am Boden. Sam, hier. Das ist Christopher Condons Zeichen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Also vielleicht rekrutiert Avery Piratenkapitäne. Wozu? Als seine Wachposten? Das ergibt keinen Sinn. Nein, stimmt. Na, vielleicht war jeder Käpt'n für einen Turm verantwortlich. Und lieferte auch die Männer dazu. Wie auch immer. Das ist garantiert nicht unser letzter Halt auf dieser Tour. Okay, gucken wir mal rein ins Tagebuch, was da steht. He's not just Avery and two other Nautables Captains are involved. Okay. Schiff Fire Dragon. Fire Dragon. Ach, keine Ahnung, wie man sagt. Guck mal weiter. Alter, guck's euch mal an. Das sieht ja mal richtig geil aus, oder? Sieht das nicht schick aus? So, schönen Screenshot. Muss natürlich. Okay. Wollen wir das sonst nehmen? Boah. Boah. Gleich abgestürzt. Sonst war irgendwas, was hier interessant ist. Außer die Aussicht. Wahnsinn. Wahnsinnige Aussicht. Okay. Scheint wohl nicht so. Doch, da gibt's da was. Was gibt's hinter? Was war wohl um diesen Baum gewickelt? Ah, wir können hier eine Seilbinde festmachen. Aha. Aha. Pass auf, da stürzen wir uns jetzt hier mal runter, den Matsch mäßig. Yeah. Schön in den Brappel rein. Hey, wüsstet ihr, dass unser Wagen eine Winde hat? Nein, ehrlich. Ich hatte keine Ahnung. Was hast du damit vor? Weiß ich noch nicht. Oh, dann müssen wir hier einmal rum. Ja. Tatsächlich sehr geil. So, das sollte reichen. Und nochmal den Brappel runter. Hey. Natürlich, warum denn auch die Tür aufmachen? Okay, fertig. Probieren wir es. So, funktioniert doch. Siehst du, Sully? Die Winde? Total nützlich. Das war ein Hügel. Noch hat er sich nicht bezahlt gemacht. Ah, noch nicht. Kleine Siege. Naja, ich feiere nur die großen. So. Die Winde. So versifft, wie der jetzt ist, stürzt er sich meistens ins Auto. Das ist auch geil. Oh, eng, eng. Genießt. Genießt den Angriff, gentlemen. Oh, geil. Wow. Spektakulär. Stellt euch vor, ihr kommt hierher. Ein erfolgreicher Pirat weit weg von eurer unterdrückenden Regierung. Haha, die armen unterdrückten Piraten. Sie wollten doch nur in Ruhe und Frieden morgen. Nein, nein. Sie wollten als freie Männer leben. Ja, wenn man einen Ort zum Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter treffen. Ja, das sieht doch ganz schick aus hier. Ja, wir werden ewig bis zu diesem Vulkan brauchen. Geduld. Geduld. Weißt du, die Piraten hierher kommen. Sie legen den England ab, legeln nach Brasilien, dann zurück über den Atlantik nach Süd-Aftlern. Und all das schaffen sie nur mit Papierkarten und der Hilfe der Sterne. Hey, willst du einem ehemaligen Seemann das Segel necknähen? Der Punkt ist, die hatten es echt einfach. Hä? Dauert. Gott, ob der Jeep den Ausflug überlebt, ich glaube es ja nicht. So. Einmal hier rum. Einmal hier rum. Und dann wieder hier rum. Juh. Wow. Ah, jetzt seht euch das an. Wow. Scheiße, stopp, stopp. Alter. Ich sehe sie. Hier. Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Nadines Leute? Jep. So eine Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es geht auch eine schlechte. Der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Oh, scheiße. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue. Ja super, tu einfach, was ich tue. Und jetzt? Wir packen den Wagen mal hier. Haben wir auch eine andere, wo wir... Ne, haben wir natürlich nicht. Ich würde sagen, den da unten war mal zuerst platt. Sofern uns niemand zieht vorher. Haben wir irgendwas zum Werfen hier? Ist doch shit. Ist das sonst noch einer? Ne, wenn der sich rumdreht, können wir den eigentlich erledigen, ne? Eigentlich. Was sucht der denn da, der Typ? Müssen wir auf den da oben auf dem Dach aufpassen. Und wenn er so steht, ist schlecht. Dann müssen wir... Müssen wir warten. Hm? Da steht noch einer. Komm mal her, Boy. So, den schnappen wir uns als nächstes jetzt hier. Jemand hat ihn erledigt. Oh shit. Scharfschütze, den hatte ich gar nicht gesehen. Den hatte ich nicht auf dem Schirm. Wo rennt der denn rum? Komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, 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 klar. Zack. So. So. Klar, das erledigen wir und dann ziehen wir weiter, Freund. Jetzt komm halt mal her. Komm her. Shit. 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 Shit.